In diesem Quick-Tip erkläre ich dir den Split-Harmonizer-Effekt. Dieser Effekt kann sehr nützlich sein, wenn du ein Monosignal hast, das ein bisschen schwach auf der Brust ist und das du fetter bekommen möchtest, indem du es in die Breite ziehst und eventuell noch mit ein paar coolen Effekten versiehst. Ich erkläre dir gleich genau, wie es geht. Wir hören mal kurz in das Projekt hier rein. Okay, wir hören mal in die Lead-Vocals hier rein. Ich schalte alle Effekte ab. Wir hören mal im Solo rein. Wir haben hier also eine Monospur für die Lead-Vocals und die möchte ich jetzt ein bisschen breiter bekommen und vielleicht noch ein paar schöne Effekte draufpacken. Den ersten Schritt, den du machen musst, um diesen Split-Harmonizer-Effekt zu bekommen, ist, dass du dir zwei AUX-Channels anlegst. Das habe ich hier schon gemacht. Wir haben hier den ersten und den zweiten. In Logic geht das so, hier über Optionen neuen AUX-Channel-Strip erzeugen. Wenn du eine andere DA wärst, wirst du selber wissen, wie du einen AUX-Channel-Strip, hoffentlich wissen, wie du einen AUX-Channel-Strip dort erzeugst. Und davon legst du dir zwei an. Der Gag hierbei ist jetzt, dass du diese beiden AUX-Channels dem gleichen Bus zuweist. Also, ich weise beide jetzt Bus 20 zu. Ich habe also diesen AUX-Channel und diesen AUX-Channel und beide sind Bus 20 zugewiesen. Anschließend legen wir uns nochmal einen AUX-Channel an. Auf diesen wollen wir dann diese beiden anderen Busse hier schicken. Wir haben also jetzt zwei neue Auxiliary-Channels. Beide sind Bus 20 zugewiesen und die schicke ich jetzt auf diesen neuen AUX-Channel. Den weise ich hier Bus 21 zu. Genau. Und ich schicke die beiden jetzt auf diesen Bus 21. Okay. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe zu meinen Lead-Vocals und schicke über einen Send eine Kopie dieser Lead-Vocals an Bus 20. Wenn die Lead-Vocals jetzt singen und ich schicke eine Kopie hier rüber... Dann siehst du also, dass die Lead-Vocals hier auf diesen beiden AUX-Channels ankommen. Jetzt möchten wir dieses Signal hier splitten, also in die Breite ziehen. Und dazu ziehe ich einfach diesen Harmonizer 1 und Harmonizer 2. Ich habe sie hier schon benannt. Ich ziehe den ersten hier ganz nach links und den zweiten ganz nach rechts. Und dadurch habe ich dieses Mono-Signal und die Kopie dieses Mono-Signals der Lead-Vocals schon mal gesplittet. Und zwar nach links und nach rechts, um es breiter zu bekommen. Was du als nächstes brauchst, ist ein Pitch-Shifter-Plugin, das Signale sendweise verstimmen kann. Und in Logic ist das der Pitch-Shifter. Und in andere DAWs haben sowas auch. Und hiermit kann ich jetzt mein Signal verstimmen. Was ich jetzt hier mache, ist, dass ich... Ich möchte nicht um Halbtöne verstimmen, sondern ich möchte um Cents verstimmen. Und ich gehe jetzt hier 9 Cents nach unten. Den Mix drehe ich mal so auf 40 Prozent hoch. Und was jetzt auch noch wichtig ist, ich möchte das Delay hier verstellen. Dazu muss ich hier kurz in die manuelle Einstellung gehen. Ich nehme hier mal, ja, um die 9 Millisekunden. Und diesen Pitch-Shifter kopieren wir jetzt einfach rüber auf diesen zweiten Orcs-Channel. Was ich jetzt hier mache, ist, dass ich jetzt diesen Pitch-Shifter nicht nach unten verstimme, sondern nach oben verstimme. Also positiv 9 oder plus 9. Und auch das Delay machen wir ein bisschen länger wie beim anderen. Nehmen wir mal 14. Gehen wir also die Signalkette, die wir jetzt aufgebaut haben, nochmal durch. Wir haben die Lead-Vocals und schicken eine Kopie unserer Lead-Vocals auf Bus 20. Und da landen sie bei diesen beiden Auxiliary-Channels hier. Ich habe diese beiden Auxiliary-Channels beide Bus 20 zugewiesen. Eine nach links gepannt und eine nach rechts gepannt. Dann habe ich diesen linken Auxiliary-Channel um 9 Cent nach unten gestimmt und das Delay soweit belassen. Und ich habe den rechten Auxiliary-Channel 9 Cent nach oben verstimmt und habe das Delay ein bisschen länger verzögert. Anschließend schicke ich diese beiden Auxiliary-Channels auf einen neuen, sodass sie beide hier auf Bus 21 wieder rauskommen. Und wenn wir jetzt diese Lead-Vocals hier auf Bus 20 schicken, dann sollte das Signal breiter werden und leicht verstimmt werden. Und wie das klingt, das zeige ich dir jetzt mal, indem ich hier den Send einfach reinfahre. Mono. So kannst du also so ein Mono-Signal in die Breite ziehen. Ich habe es jetzt stark übertrieben, so heftig sollte man es nicht machen dann im Mix. Und jetzt landen ja diese beiden Auxiliary-Channels hier auf diesem Bus. Und was du jetzt noch machen kannst, um das Signal ein bisschen interessanter zu machen, je nachdem, was für ein Mix du hast, ist, dass du hier Modulationseffekte einsetzt. Also wir schicken diese beiden Harmonizer-Spuren jetzt hier auf einen weiteren Bus, nämlich Bus 21. Und hier setze ich jetzt einen Modulationseffekt ein. Ich nehme hier mal das Modulation-Delay von Logic. Und da gibt es ein ganz cooles Preset, das heißt Slow Flanger. Und das ist so ein Flanger-Effekt. Und das lässt dieses Signal so langsam hin und her flangen oder phasen und macht die Sache so ein bisschen unruhig. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich schalte den Flanger dann zu, diesen Modulationseffekt hier. Also jetzt stark, stark übertrieben, aber so einen leichten Flanger-Effekt, wo war es hier bei 35, war es glaube ich ganz gut, so Preset-Einstellung, kommt die Sache hier ganz spannend. Und ich gebe dir nochmal den Direktvergleich. Also ich schalte mal hier den Send einfach aus, wie die Stimme so klingt und dann mit diesem Split-Harmonizer-Effekt. Okay, hören wir jetzt mal den Gesamtmix an. Ich schalte mal die anderen Effekte dann noch mit dazu. Also ich denke, es ist wichtig, diesen Effekt so einzusetzen, dass man ihn nicht direkt hört. Dass man aber, wenn er weg ist, wenn er ausgeschaltet ist, merkt, dass irgendwie was fehlt. Sollte es sehr vorsichtig einsetzen, weil gerade dieser Flanger ist natürlich schon relativ heftig. Wenn du ihn zu laut schaltest, klingt die Stimme dann irgendwann Alien-mäßig. Aber ich denke, dieser Effekt ist ein sehr guter Effekt, um eine Monostimme, die dir ein bisschen zu dünn klingt, um die in die Breite ziehen zu können. Und es hilft auch, sie ein bisschen besser im Mix zu einzubetten, finde ich. Wenn du dich für das Thema Lead-Vocals abmischen interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch dieses Video. Da zeige ich dir, wie du den EQ in drei einfachen Schritten für deine Lead-Vocals perfekt einstellen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!